Na gut, dann gehen wir mal in das Observatorium hinein und begrüßen erstmal den nächsten Geist. Jawohl, tun wir. Ich grüße dich, junger Mann. Könntest du mir bitte helfen, die Teile meines Fernrohrs wiederzufinden? Ich muss eine sehr wichtige Studie fertigstellen. Nicht nur für den Herrn der Spiegel, sondern für die Seelen. Okay, öffne das Fenster, füge das Sonnenimplem ein und wir benötigen eine Sonne. Okay. Interessant. Okay. Da haben wir die Sonne. Wir haben den Lichtstrahl zu der Drachenfigur hingestellt. Hat das irgendwas gebracht? Es fehlt offenbar eine Kurbel. Ich kann nicht durch das Fenster hindurch schauen. Okay. Da fehlt auch noch irgendwie was. Und da werde ich wohl die Sonne hinzufügen. Zuerst muss ich die Sonne erstrahlen. Ach so. Ach so, ja, ich sehe es gerade. Hm. Wir müssen das hier richtig zuordnen. Okay. Also, der mittlere, den kann ich jetzt schon mal nicht bewegen. Okay. Ach so, nee, ich kann... Hä? Das ist ein Problem, der brennende Sonne fehlt. Aha. Also, kann ich das so machen? Ja. Ah, okay. Okay. So. Jetzt kann ich das hoffentlich machen. Ja. Öffne das Fenster, ordnet die Planeten an. Ja, toll. Also, das Mittelstück, das kann ich nicht bewegen. Okay. Und ich vermute mal, es müssen alle Planeten schön leuchten. Okay. 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 Oh, ja, okay. So schwer war das ja jetzt nicht. Repariere das Fernrohr. Teleskop Linze und eine Kurbel benötige ich. Okay. Da haben wir die Linze schon mal. Und die Kurbel bekomme ich bestimmt beim Wimmelbild. Globus, Schornsteinfeger, Hörrohr, Kreide, Kurbel. Ja, da haben wir die Kurbel. Barometer, Bulle, Tukan, Kerze, Flugzeug, Telefon und ein Fernglas. Okay. Ein Globus. Der ist... Nein, da nicht. Das war das Barometer. Da ist der Globus. Ein Schornsteinfeger. Tja, wo könnte der jetzt sein? Das ist eine gute Frage. Sehe ich jetzt momentan nicht. Ist das der hier? Ne, das war das Hörrohr. Toll. Ich mache jetzt mal weiter. Kreide, Kurbel. Hab ich auch... Ne, das ist nicht die Kurbel. Die Kurbel ist gemeint. Okay. Ein Bulle. Ein Tukan. Eine Kerze. Ein Flugzeug. Wo soll denn hier ein Flugzeug sein? Ja, gute Frage. Ein Telefon. Und ein Fernglas. So, jetzt fehlt mir noch ein Flugzeug und ein Schornsteinfeger. Ja, aber wo die hier sind? Gute Frage. Nächste Frage. Ah, da ist das Flugzeug. So, jetzt fehlt mir nur der dämliche Schornsteinfeger. Verdammt. Ja, Bimmelbildstrafe. Wo ist der? Ich klicke hier wieder rum, weil ich den nicht sehe. Verdammt. Schornsteinfeger, meld dich doch. Ach, da ist der Schornsteinfeger. Oh mein Gott. So, dann bringen wir mal die Kurbel an. Ne, Quatsch. Und die Linse muss da hin. Stell die korrekten Fernrohrkoordinaten ein. Moment. Nein, 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 nein. Moment. Wir hatten doch hier gerade irgendwo einen Hinweis gehabt. Da, genau. Also, da ist ein großer Stern, da ist ein großer Stern, da ist ein großer Stern. Also eine Art Dreieck. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, wo ist denn das? Äh, ja. Ja, toll. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ja. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Muss ich jetzt hier nur drehen oder muss ich hier auch noch was anklicken? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich kann aber auch die Sterne auch nicht anklicken. Moment mal. Gibt's hier nirgendwo sonst einen Hinweis? Ne, hier kann ich erstmal nichts machen. Ja, das ist der einzige Hinweis. Ich verstehe den bloß nicht so ganz. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Oder habe ich hier irgendwo was übersehen? Ne. Ich kann das aber auch nicht mitnehmen. Scheiße. Hier liegen so viele Bücher rum, aber ich kann nichts mitnehmen. Als Hinweis. Ja, das war ja der Hinweis, wo ich ja hier das Planetenrätsel gerade gemacht habe. Verstehe ich echt nicht. Finde ich ein bisschen eigenartig. Oder muss ich jetzt ein bestimmtes Koordinatensystem herausfinden und dann... Also ich finde das jetzt ein bisschen eigenartig. Ne, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Das ist doch blöd, ey. Ich kann hier nichts machen. Das ist doch blöd, ey. Ich kann hier nichts machen. Das ist doch blöd, ey. Ach, das war das Richtige. Das hat aber lang gedauert. Vielen herzlichen Dank. Ich sehe jetzt, dass die Sterne etwas anderes Feuer sagen, als ich dachte. Der Herr hat mich beauftragt, nach anderen Dimensionen Ausschau zu halten, um mehr Seen zu beschaffen. Aber das ist nicht, was ich gefunden habe. Als Dank für deine Hilfe kannst du eine Scherbe einstecken. Und das ist aber großzügig. Sammle die Scherbe ein. Eispickel und eine Spiegel-Scherbe. Eispickel werde ich wohl höchstwahrscheinlich da beim Fimmelbild bekommen. Palme, Delfin, Sextant, Eispickel, ja, Komet, Federwaage, eine Muschmuschmusch, Kompass, Heißluftballon, Elefant, Thermometer und eine Sonnenuhr. Eine Palme. Dort. Delfin. Da oben. Sextant ist dort. Eispickel. Nein, das ist keiner. Da ist der Eispickel. Ein Komet. Ein Komet. Dort. Eine Federwaage. Eine Muschmuschmusch. Ein Kompass. Ne, das war die Sonnenuhr. Äh, Kompass? Nein. Wo ist denn jetzt der Kompass? Da. Ein Heißluftballon. Ein Elefant. Da oben und ein Thermometer. Dort, jawohl, da haben wir es. Einen Eispickel haben wir bekommen. Und ich vermute mal, dass wir das wohl hier einsetzen müssen. Und das können wir dort einsetzen. Eins, zwei, drei, vier, ich glaube, entweder fünf oder sechs Spiegelschirmen fehlen uns jetzt nur noch. Und jetzt dürfen wir entweder erst mal ein Rätsel machen oder wir dürfen den Spiegel direkt abwischen. Ne, wir dürfen den direkt abwischen. Okay. Machen wir, machen wir, machen wir. Bin mal gespannt, was für einen Raum wir jetzt betreten. Ah, ein Schlafzimmer. Okay, alles klar. Das ist ein Schlafzimmer. Okay. Okay. Vielen Dank.